so leute dann wir beim nächsten video und diesmal etwas was ich schon lange nicht mehr hatte und zwar ein gesponsertes video beziehungsweise eben ein product review video mir haben die guten beziehungs lieben super tollen leute von ultimate guard ein paar sachen zugeschickt und zwar habe ich von denen ein paar card cases ich habe schon gesagt diese card cases hatte ich ja in dem bb gaming video hatte ich mir ein paar bei dem bestellt und habe gesagt da kommt noch was ich habe noch ein paar card cases bekommen und zwar einmal die 100 ppt und einmal die 180 ppt und dann habe ich noch die 55 ppt und die 360 ppt bei uns im laden gefunden die gucken wir uns zusammen mal an und danach gucken wir uns noch ganz kurz mono color xeno skin sidewinder an nur ganz ganz kurz aber ihr wisst unten in timeline das was euch interessiert könnt ihr da sehen starten möchte ich mit den card cases ich habe mal eins ausgemacht das habe ich schon länger jetzt ein bisschen auch getestet ein bisschen herumgespielt und deswegen gibt es diesmal nicht diesen fancy cut mit eine woche später oder so sondern ja ich habe mit der schon die ganze herum getestet und ich werde es jetzt nicht mit jedem einzelnen testen ich werde mir jetzt einfach noch mal zeigen was eine card case ist und zwar ist bei einer card case was ich super interessant finde hier oben eben ein magnet eingelassen und hier das gegenstück und wenn man die aneinander hält dann macht das oben ein klack schön daran finde ich ganz einfach dass es wirklich relativ safe ist also da kommt auch nichts raus an karte sonst was ich werde es gleich noch in wasser werfen keine sorge um zu gucken was wasserdicht ist dinge die ich nämlich noch nicht getestet habe es steht dabei ist so vor protektion das kann ich noch nicht bestätigen das ist ein langterm test den ich nicht machen werde strong magnetic ja auf jeden fall highly transparent absolut absolut die corner für die card case corner seht ihr hier oben das ist wirklich wie cool acid free natürlich acid free und was ich auch schon festgestellt habe und zwar geht in diesen card case auf jeden fall eine karte mit einer inner sleeve rein es geht nicht mit einer auto sleeve rein ihr müsst ein inner sleeve nehmen ich habe jetzt hier tatsächlich meine original ultimate guard inner sleeve die passt tatsächlich ich weiß nicht ob die anderen marken auch passen aber ja es geht ja auch nicht um andere marken sondern es geht hier jetzt um die card cases und um ultimate guard dementsprechend ja ganz cool finde ich auch hier unten das mit dem ultimate guard und dem 35p was draufsteht was es nun mal ist könnt ihr die karte wunderschön so rumsetzen wenn ihr das ultimate card drauf haben wollt oder wenn ihr es halt nicht haben wollt so rum aber ich finde es so rum echt echt hübsch mir gefällt es also ich mag die card cases tatsächlich sehr und jetzt wurde ich schon öfter im land gefragt blackie was heißen denn die verschiedenen sachen mit 35 ppt oder 20 ppt oder 55 ppt ja legen wir den 35er mal weg gucken wir uns zum beispiel mal den 180er ppt an wunderschön nehmen wir das ganze mal raus und ihr seht schon allein von der dicke her ist der wesentlich dicker in dieser case könnt ihr nun mal auch dickere karten oder eben auch mehrere karten nehmen ich kann jetzt mal zum beispiel hier die nehmen und könnt die mit mehreren karten füllen für die meisten magic spieler super uninteressant also ihr werdet da zum beispiel was ich gleich noch testen will was ich jetzt mit euch direkt mal teste ihr werdet da zum beispiel soweit ich das weiß kein booster reinbekommen was sehr schade ist wenn ihr mich fragt gerade in den größten das ist der 360 point also pt steht für point und kommt aus dem amerikanischen sammelbereich und wir nehmen jetzt mal einen booster von hier kamigabe habe ich vorbereitet und ja vielleicht vielleicht kriegen wir das da rein ja ist nicht schön aber selten probier es mal so rum vielleicht ist es so rum wirklich schöner ja könnt ihr das selber entscheiden aber ihr kriegt auf jeden fall einen booster in diese 360 point rein kriegt man die auch in die 180 point rein müsste ja eigentlich also zumindest ist genug platz eigentlich in der 130er da in der 360 oh das wird knapp oh ne das geht nicht aber anscheinend ist es so dass ihr in die 360er tatsächlich ein booster rein kommt das habe ich jetzt auch live getestet ich hatte keine ahnung dass das funktioniert finde ich sehr interessant ist vielleicht für ein paar booster sammler ganz cool aber jetzt zerknückt die booster halt echt hart würde ich euch nicht empfehlen es ist tatsächlich so dass diese card cases eben nicht nur für magic karten da sind ja es tut mir leid leute ultimate card macht auch was für nicht magic spieler und zwar gibt es auch für baseball karten und ähnliches eben dicke karten 3d karten und ähnliches dafür sind eben diese 360 point da niemand von als magic spieler außer wenn ihr da wirklich ein booster rein tun wollt braucht 360 point niemand braucht 180 point die sachen die ihr braucht sind 100 point aber 100 point könnt ihr nämlich eine sache ganz easy wunderschön machen finde ich zumindest ihr könnt hingehen und ihr könnt zwei karten nehmen die jetzt wirklich zum beispiel gesleeved sind und könnt die easy da rein fitten wenn die gesleeved sind ohne sleeves geht es auch super in die 75 pointer finde ich jetzt persönlich nicht ganz so gut weil die halt doch sehr gedrückt werden wenn ihr voll zu habt nehmt ihr auf jeden fall die 75 pointer und ja die 100 point könnt ihr dafür auch nutzen wenn eure karte nicht so gedrückt werden soll zum beispiel hier ist es tatsächlich so dass die karte zwar genug luft hat aber ich muss mal mal gucken ob ich das irgendwie reinkriege da ist sogar schon was drin so ein mist wenn ich die karte jetzt drauf lege da ist nicht viel platz also da ist vielleicht ein halber fingernagel platz was da oben ist für mich reicht es für die vollkarte auf jeden fall super schön zum hinsetzen gerade die 35 pointer empfehle ich jedem der einzelkarten haben möchte 55 pointer wenn ihr ein bisschen mehr platz haben wollten und magnetic cases 75 pointer könnt ihr zwei karten reintun 100 pointer könnt ihr auch super schön zwei karten reintun finde ich auch von der dicke her wunderschön dass man die wirklich einigermaßen hinstellen kann das kann man natürlich hier mit denen mit denen wo ist es da ja tada es steht es steht auch seitlich oh das tun die meisten anderen leider nicht ich habe nämlich tatsächlich gehofft dass sie zu haben wir die haben wir die 55 haben wir mal so alle points und bisschen aufgebadert ihr könnt auch daran sehen wie dick das ist was ihr da reintun könnt ja auch eben auf dieser wunderschönen skala und die sind echt stabil das einzige was ich jetzt noch machen möchte ich nehme dafür wahrscheinlich nicht den 100 pointer weil warum nicht den 100 pointer nehmen ich räume hier mal ganz kurz auf und wir sehen uns gleich wieder haben wir jetzt hier dieses wasser und probieren wir das mal ganz kurz aus ich denke mal nicht dass der wasserdicht ist ok er war komplett unter wasser und ich werde es mal ganz kurz abtrocknen und mal gucken ich habe jetzt mal außen ganz kurz abgetrocknet mal gucken wenn ich den jetzt aufmache ok das auf jeden fall ein bisschen wasser hier unten reingekommen aber das ist trocken damit habe ich nicht gerechnet ja jetzt also steht nicht drauf waterproof wahrscheinlich weil man wenn man es lang genug unter wasser drückt wahrscheinlich wasser reinbekommt und hier unten noch ein bisschen wasser sich schon angesammelt hatte aber ihr hatten wassertest dementsprechend wenn ihr das spritzwasser habt oder das fällt euch in euren putzeimer rein aus eurem wunderschönen regal solange ihr schnell genug wieder rausholt ist das spritzwassersicher heißt das glaube ich bei handys dementsprechend ja kann tatsächlich auch mal kurz unter wasser fallen ich werde das jetzt noch mal testen ich möchte das jetzt noch mal wissen wir haben da wir haben jetzt minimal wasser kurz drin diesen einen tropfen aber das ist nicht schlimm ich möchte das jetzt noch mal testen drei zwei eins so und wieder abtrocknen und diesmal sieht man schon hier unten ist auf jeden fall mehr wasser reingekommen und da ist auch wasser wirklich dran gekommen ja ok wenn ihr es zu lange unter wasser haltet kommt auch wasser rein ist auch nicht dafür gedacht dass es unter wasser ist sonst würde da wahrscheinlich auch waterproof draufstehen aber es ist zumindest spritzwassersicher ja was kann ich euch sonst zu den sachen sagen wie gesagt ich habe sehr sehr lange auf diese card cases gewartet und die 35er werde ich mir sogar noch ein paar von holen ich habe jetzt nur bisher drei oder vier stück davon weil die sind wirklich wirklich schön bevor ich halt an irgendeine grading quatschfirma meine karten schicke und die graden lasse die ich dann noch nie wieder spielen kann die tue ich mir dann lieber in solche card cases und stelle sie mir irgendwie an die wand finde ich tatsächlich hübscher und besser muss man sagen steht da eigentlich auch irgendwo müsste bestimmt auch die maßeinheit von point in zentimeter stehen oder oder ja hier steht card thickness point gauge 1000 points sind 1 inch sind 25,4 millimeter ja es wäre cool gewesen wenn da irgendwo noch tatsächlich irgendwie in klein hinten drauf stehen würde oder auf der karte drauf stehen würde unten wie viele millimeter das sind das wäre noch cool ich weiß es wird immer in points angegeben es ist ein völlig normaler standard gerade auf dem amerikanischen markt aber das also wenn es irgendwas an der verpackung zu verbessern gibt weil an den cases gibt es praktisch nichts zu verbessern ich kann hier ihr seht mit dem fingernagel drüber gehen das zerkratzt nicht wirklich das ist stabil ich kann das stürze brechen wenn ich mir ganz große mühe gebe aber das möchte ich tatsächlich nicht und ja sie sind wunderschön und gar nicht mal so teuer ansonsten finde ich die richtig nice ich freue mich dass ich sie euch zeigen reviewen und testen konnte genau ansonsten gibt es da nichts zu meckern ich würde sagen gehen wir mal weiter ganz kurz zu dem xenoskin monocolor auch hier wieder kleiner umweg wie gesagt ein paar sachen habe ich von ultimate guard direkt beschickt bekommen ein paar sachen hatten wir noch im laden ein paar sachen habe ich mir durch andere events gekauft und besorgt und das hier ist auch so ein teil und zwar habe ich diesen diesen monocolor xenoskin sidewinder bekommen bei einer level 2 judge konferenz in berlin an der ich teilgenommen habe vor kurzem ansonsten kommt man tatsächlich an diese monocolor super schwierig ran und deswegen freue ich mich gerade dass ich so ein ding in der hand habe ich habe es noch nicht ausgepackt ich habe mich noch nicht getraut und deswegen gucken wir uns die jetzt mal gemeinsam an dieser monocolor hat nämlich den vorteil also ja achtung innovativ er ist auch in schwarz thank you das ist das finde ich ein bisschen schade dass sie hier nicht auch dieses graspapier reinlegen das wäre noch cool wenn sie hier auch einfach auf dieses graspapier gehen würden würde ich sehr hart feiern und hier haben wir noch silizium schwarzes interieur sieht sehr sehr nice aus es sieht wirklich edel aus wenn man das jetzt vergleicht zu den alten also in anführungsstrichen alten zu den duo farbenen also nehmen wir als beispiel den hier mal und diesen rosan den ich noch habe mit dem alten ultimate guard logo ist ein ganz altes teil hier und ich muss sagen es sieht schon cooler aus wenn das innen die gleiche farbe hat wie außen ich weiß nicht warum das nicht von anfang an so war jetzt ist auf jeden fall die neue innovation dass sie das immer haben ja ich finde es sieht auch von der seite mit dem schwarz mit drin statt hier diesen grauen rahmen ja es wirkt einfach so viel hübscher so viel besser ich muss sagen das ultimate guard jetzt hier diesen 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 weg gegangen ist dieses logo auch in dieser farbe da rein zu nehmen ich weiß nicht ob das nur daran liegt dass es schwarz ist und es jetzt immer schwarz ist nur bei dem schwarzen nicht rauskommt das weiß ich natürlich nicht da mochte ich hier einfach diesen diesen weg die man hier gegangen ist mit dem glitzernden logo das mochte ich ein bisschen mehr ansonsten es ist halt ein sidewinder also ich sehe da jetzt keine keinen großen nachteil keinen großen vorteil drin die dinger in innen schwarz zu haben außer dass es halt hübsch ist und hübsch ist immer ein argument zum kaufen aber ja ansonsten ist das mittlerweile hier das trademark logo drin ansonsten ist das tatsächlich einfach ein sehr sehr schöner sidewinder in farbe schwarz ich bin mal gespannt wenn die in komplett blau rauskommen oder komplett rosa oder komplett orange und wie die dann aussehen und gerade auch die größeren box habe ich jetzt auch schon bei anderen youtuber gesehen dass die die bekommen haben leider hat noch keiner was gereviewt stört mich ein bisschen ihr müsst das mehr reviewen wenn ihr das zeug schon bekommt ich bekomm es nicht so direkt voll unfair deswegen kann ich es nicht reviewen ja spaß beiseite wir haben hier auf jeden fall sehr sehr coole sache bei dem schwarz sieht man es jetzt leider sehr sehr wenig aber alles in allem finde ich die idee cool und wenn ihr bisher noch keine sidewinder hattet würde ich bei noras still auch wirklich darauf achten dass ich die mono color sidewinder bekomme weil die sehen einfach es sieht einfach so viel besser aus nicht dieses komische grau da drin zu haben muss ich leider sagen jetzt wo ich gesehen habe wie es aussehen kann finde ich das hier hässlich davor fand ich es akzeptabel und okay jetzt finde ich es hässlich weil das neue ist neu ist immer besser neu ist immer besser und dementsprechend verabschiede ich mich auch danke nochmal an ultimate guard für die magnetic card cases danke an bb gaming für die magnetic card cases danke für schräg siegen für die magnetic card cases danke ultimate guard für die wunderschöne mono color box von der dash konferenz und ich glaube die habe ich mal in irgendeinem turnier gewonnen ich weiß es nicht auf jeden fall so oder so ich hoffe ihr hattet spaß ich hoffe ich konnte euch helfen wenn ihr fragen habt wenn ich noch irgendwas vergessen habe was ich nicht getestet habe oder sonst was schreibt es mir in die kommentare ich bin gern bereit euch meine erfahrungen zu teilen und ich habe ja auch eine ganze menge andere videos gerade wenn es darum geht boxen sidewinder matten sleeves alles mögliche mal zu testen habe ich da ja auch eine menge menge was ich euch anbieten kann an content und wenn ihr das hier jetzt nicht so cool fandet weil ihr da bestimmte sachen nicht gesehen habt schaut mal vielleicht habe ich schon gereviewt trotzdem sehen wir uns beim nächsten mal bis dahin na bleib x8 ciao ciao